Musik Naumburg will mithilfe der Europäischen Union nachhaltig die Kultur und Kreativwirtschaft der Stadt unterstützen. Eine Branche, die von Design, Musik, Kunst und Architektur über Werbung und Kommunikation bis hin zu Software und Webdesign sehr breit ausgerichtet und ein wachsender Wirtschaftsfaktor ist. Seit dem 1. April ist Naumburg Partner im EU-Projekt Stimulat. Das Projekt zielt darauf ab, Kultur- und Kreativarbeiter vor Ort in verschiedener Form zu unterstützen, zu schulen und zur Vernetzung anzuregen, sodass sie neue Modelle für Organisation, Finanzierung, Marketing und Kooperation erproben und langfristig umsetzen können. Dazu fand am 16. Oktober der erste Workshop im Nietzsche-Dokumentationshaus statt. Musik Musik